Hallo an den Empfängnisgeräten! Wie versprochen gibt es heute mal wieder ein kurzes Video und diesmal geht es eigentlich nur um diesen Blue Bricks Bausatz, diesen Geleiter von der Mondbasis Alpha 1, der mich ehrlich gesagt so ziemlich an den Rand des Wahnsinns treibt, weil dazu versuche ich euch das mal irgendwie ins Bild zu kriegen. Ich hoffe es klappt so einigermaßen. Ich bitte um etwas Nachsicht. Das Problem sind hier diese Füßchen, nenne ich es mal. Da sind unten so kleine Beine dran und die sind hier mit einem Stein hier so rüber verbunden und das Ganze, wie ihr schon seht, ist sehr sehr, ich nenne es mal fragil. Wenn ihr jetzt hier oben anfangt diese Gitterrohrgestänge, nenne ich es mal, dran zu machen, dann drückt ihr oben irgendwie drauf. Das geht nun mal nicht anders und dann brechen ständig diese Füße nach oben weg. Ich mache euch das mal vor. Das macht dann so klack und dann hängt es irgendwie hier so schräg. Der geht jetzt nicht. Ich mache es mal unten. Jetzt geht es natürlich nicht mehr. Also die brechen dann hier. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Das geht dann so auf und hängt dann so schräg weg und ab und zu springt dann oben der Deckel weg. Dann muss man es wieder festdrücken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich gestern Abend an den Rand eines Tourette-Syndroms gebracht und das will ich natürlich vermeiden. Jetzt bin ich ja auf der cleveren Seite des Lebens groß geworden und dachte mir, ich muss das irgendwie abstützen. Dass wenn ich hier oben, das seht ihr jetzt nicht, aber vielleicht doch, wenn ich hier runterklappe, wenn ich hier drauf drücke, dass mir nicht ständig diese doofen Füße abbrechen. Und die Lösung ist ganz einfach. Man baut unten einfach eine Montagestütze dran. Das sind jetzt einfach irgendwelche Steine aus meiner Grabbelkiste. Da habe ich hier unten so einen zweimal zwei Platte einfach weggemacht. Einen kleinen Stein, zwei große Steine und eine Platte. Und jetzt steht der ganze Kram, wenn ich oben drücke, unten auf diesem sehr stabilen Podest. Ich zeige euch das mal. Ich versuche es mal zumindest. Ich kannte ja auch einfach, kann man bei diesem tollen Ding nicht auch einfach die Kamera wechseln. Äh, nö, scheinbar wohl doch nicht. Ich dachte, man könnte einfach umschalten. Ihr seht, ich bin wieder perfekt vorbereitet. Also machen wir es jetzt halt so. So. Und wenn ich jetzt hier oben drücke, dann passiert da unten gar nichts. Und da kann ich jetzt wirklich ordentlich drücken. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dass ich dem Rest von diesem verfickten Gitterrohrrahmen, der auch nicht sehr gut passt und hier an manchen Stellen es einfach genau nach Anleitung ist, aber irgendwie an irgendwelchen Teilen einfach nicht vorbeigeht. Äh, das ist echt. Also ich möchte da Blubix keinen Vorwurf machen. Sie haben in ihrem Video gesagt, das ist ein Bausatz für Profis. Und da haben sie recht. Aber ich möchte jetzt noch nicht aufgeben. Aber ich habe gestern, ich weiß gar nicht wie lange, über eine Stunde an diesem paar Gitterrohr-Elementen hier da nun gemacht, die da unten überall so dran kleben. Und hier ist jetzt zum Beispiel ein Stück. Da. Ähm. Na, wo ist es denn hier? Wo soll ich dann das bitte festmachen? Also irgendwie muss man jetzt dieses Stiftchen hier irgendwie verschieben. Wenn man da dran drückt, dann bricht wieder dieser wackelige Fuß ab. Also ich habe beschlossen, ich baue das so gut wie es geht. Und die Sachen, die ich nicht hinkriege, die lasse ich einfach weg. Das ist ein gewichtsoptimierter Adler 1, der dann einfach ein bisschen schneller fliegt als der Original. Weil eigentliche vielleicht Gitterrohr-Teile, die man auch nicht unbedingt braucht, dann einfach weggelassen worden sind. Ob ich das Teil in der zurzeit herrschenden Corona-Krise überhaupt noch fertig bin, möchte ich jetzt nicht sagen. Weil es könnte gut sein, dass ich immer ein paar Gestänge baue und dann das wieder hinlege, ein zwei Nächte drüber schlafe. und dann wieder weiter baue. Also Teile habe ich hier noch wirklich genug. Also da ist noch reichlich Material drin. Vor allen Dingen so große Materialien, die man als älterer Mensch mit Gleitsichtbrille fast gar nicht mehr erkennen kann. Besonders wenn es abends hier ein bisschen dunkler wird. Da geht es dann weiter mit kleinen Teilen, die in den Sub-automaren Bereich fallen. Hier sind auch noch viele kleine Teile. Ich hoffe ihr könnt schmecken, was ich euch sagen will. Also ich lasse mir mit dem Modell Zeit. Normalerweise bin ich so einer, der so ein Lego-Modell kauft und dann drei Abende hintereinander das zusammenbaut und dann in die Vitrine stellt und sich dann daran freut. Das muss ich bei dem Modell, muss ich eine andere Strategie wählen. Die Strategie wird heißen, ans Ziel kommen ist das Maß aller Dinge. Ich hoffe, ich konnte euch fünf Minuten eurer kostbaren Lebenszeit irgendwie mit meinem dummen Gesülze verschönern. Und ich melde mich vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Mal gucken. Morgen ist ein strenger Tag im Büro, wo ich eine sehr, sehr lange Videotelefonkonferenz über Skype habe. Und ich muss feststellen, dass diese Skype-Konferenzen längere, also für mich sehr, sehr anstrengend sind. Danach war ich, also es war letzte Woche schon mal eine, da war ich sowas von platt. Und ich befürchte, dass ich morgen auch wieder platt sind werde. Ich werde wahrscheinlich und vielleicht mache ich heute Abend noch mal was für an diesem Teil, was mir, also von der Optik her, muss ich wirklich sagen, immer besser gefällt, umso mehr das reinkommt hier mit diesem, zeige es euch mal so rum, mit diesem Gitterrohrrahmen. Das ist schon, das sieht schon gut aus, aber es ziert sich, das kleine Ding hier. In diesem Sinne sage ich Schwerber. Ciao, euer Kersten.